Diese Service-Geschichte hat er dann plötzlich gesagt, ich hatte ja gesagt 99,1% und es war genau diese 0,01%. Das heißt, ein Marder hat das Kabel durchgebissen, hat er uns. Im Herzen habe ich, weil das war jetzt doch die Tage ein bisschen zu viel für mich und das ist immer so, wenn ein Kind krank ist, hat man immer Angst und Sorgen. Ihr Lieben, ich melde mich nochmal zurück, ich sehe so fertig aus und das bin ich auch. Ich bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Kurzes Update, also wir waren ja zu Hause und dann sind wir wieder ins Krankenhaus. Und heute dürfen wir aber nach Hause, der Kachvitus ist schon unterwegs und ja, wir warten jetzt hier. Also wir sind schon unten, hier direkt ist die Tür nach draußen. Sobald er anruft, gehen wir dann raus. Genau, ja, ich bin irgendwie total K.O. Und bin froh, wenn ich zu Hause bin, wenn ich duschen kann. Ich sehe echt, äh, wirklich, also ich sehe nicht nur so aus, ich bin auch wirklich richtig K.O. Ja. So, wir sind auf dem Weg nach draußen. Hopp. Wie, wo der Kachvitus gepackt hat. Ah, da kommt ja pöttlich. Wie schön. So, endlich nach Hause. Wir lieben mich, grüße euch. Wir haben mittlerweile einen neuen Tag. Genau, gestern Abend, oh mein Gott, ich war so erledigt. Wirklich, was hatte ich euch ja gesagt, ne? Das hat man mir auch angesehen. Ja, ich bin zu Hause dann wirklich umgefallen. Also ich war müde und K.O. Und wirklich, so, heute sieht der Tag schon ein bisschen anders aus. Ähm, klar, mein Kind ist jetzt noch nicht fit, aber ich werde jetzt mit dem Großen, ähm, vor die Haustür, also der Karnevalszug kommt. Wirklich hier vor der Haustür, so, ne? Man ist direkt hier, genau. Also der, ähm, Carlos ist aber auch zu Hause, so ist es nicht, ne? Aber, ähm, ja, ich will damit sagen, wir fahren jetzt nicht irgendwie noch irgendwo weit hin, um, äh, Karnevalszug zu erleben. Ähm, ja, aber der ist ja auch ganz, ganz schön und deswegen ist auch so, glaube ich, der Letzte. Daher, ähm, ja, bin ich froh, dass der halt direkt vor der Haustür fährt und somit brauchen wir nicht rausfahren. Genau, wir haben nämlich auch kein Auto, das kommt noch dazu. Karnevals, ähm, wird dann später ja abgeholt, ne? Und dann bringt sie das Auto mit. Also tolles, also Luxus, ne? Von VW, finde ich das. Walter, was jeder macht, wahrscheinlich schon, ne? Mercedes macht das auch. Ja, genau, Ford hat das auch gemacht damals, ja. Ich finde es aber gut, ne? Also das ist Hammer. Ja, wie sollen wir das denn auch machen? Wenn du zwei Autos hast, du musst ja irgendwie beide müssen können und das geht nicht. Ja, deswegen finde ich es auch so gut. Natürlich zeige ich euch die neue Scheibe. Ich glaube, es sieht einfach aus wie vorher, ne? Ist ja genau die gleiche. Ja, hoffentlich, genau. So, Kinder, ähm, also die zwei Großen, die sind als Super Mario verkleidet. Mama wollte eigentlich so eine Art Mickey Maus, aber ich habe jetzt überhaupt keine Lust auf Schminke. Und jetzt gehen wir raus. Wir haben ein bisschen vorne, ähm, beschmückt. Also, wollten noch ein paar Luftballons mitnehmen hier vorne, wo die, ja bitte, wo die weiße Bank ist. Allerdings hat genau jetzt hier vorne ein Auto geparkt. Und es hieß, hier sollten überhaupt keine Autos geparkt werden. Aber irgendwie, und jetzt weiß ich nicht, wer das ist. Naja, ist nur blöd, weil wir stehen, sitzen genau, ja, vor dem Auto, ne, auf unserer Bank. Und die Bank ist weg, sie kannst du nicht nehmen und irgendwie, naja, wir machen das schon irgendwie. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich die ganze Zeit da sein werde, aber die Kinder, ne? Man sieht die ja, wenn die hier vorne stehen. Genau, so. Ähm, ja, ich melde mich dann einfach später. Ein bisschen Kopfschmerzen habe ich, weil das war jetzt doch die Tage ein bisschen zu viel für mich. Und das ist immer so, ne? Wenn ein Kind krank ist, hat man immer Angst und Sorgen. Und würde ich am liebsten alles gerne abnehmen, aber das geht ja nicht, ne? So. So, wir sind wieder drinnen. Kinder sind erstmal beschäftigt. Schaut mal. Jede Menge. Also, ich sag's dir, man braucht überhaupt nicht so andere Züge. Reicht das vor der Tür? Das ist so viel, das reicht für das ganze Jahr. Ja, und meistens spenden wir sogar einen Teil, ne? Also, wir verschenken es, weil das so viel ist. Und das ist der Wahnsinn. Die ganze Zeit. Jano, Melina, äh, äh, wie viele Freunde habt ihr, Mensch? Ich wusste irgendwann schon, wo ich hingucken sollte. Weil einer ruft von vorne, der andere von da hinten. Und ich dachte mir, äh, Melina, hier, ne? Viele habe ich gar nicht erkannt. Und, ne? Dann haben wir auch ein paar Freunde angetroffen. Die waren total verkleidet. Und ich habe natürlich an der Stimme erkannt, wer es ist. Sieht aber schick aus. War schon witzig. Ja, so. Kinder sind glücklich. Die gucken, was da so alles ist. Da ist ja wirklich alles dabei. DVDs, Sticker, Taschentücher, äh, zum Snacken. Was ist das? Das ist der Bild. Guck mal, da können alle mitmalen. Cool. Ach, sowas finde ich ja cool. Ja, zum Ausmalen. Ihr malt ja so gerne. Können alle mitmalen, Sandpasta. Das ist da zwei Bauer. Hier braucht was drin. Da ist überhaupt keine Zität mehr. Ich kann sagen, ist da überhaupt was drin? Aber dafür sind da zwei. Was ist das drin? Das war ja was. Ja, das gibt es doch nicht. Die hat eine DVD reingeworfen, also rausgegeben. Aber ohne CD, die haben wir tatsächlich, ja. Aber krass. Ich dachte mir, ich guck mal. Wie du gerade gelacht hast. Ja gut, aber das fällt ja gar nicht. Ich bin jetzt wirklich... Das ist einfach zu viel. Also wirklich. Aber so Stickers, da überfreuen sich die Kinder sehr. Ja. Ja. Sehr. Ja, und dann auch so 80 Tabelle für Dario, genau. Und für die Lou. Schwämmchen haben wir auch. Ach, Halligalli haben wir. Das ist nur... Äpfel. Ohne die Klingel spielt man das. Ja, kleine Klingel. Ja, wie spielt man denn dann? Ich freue mich immer hier auf Chips und die Popcorn. Ja. Die sind immer... Na, aber hier die Chips. Mama, die wollte ich gerne mal testen. Mama, was ist das? Schmeiß mir mal so eins. Ja, genau. Kamelle. Hier. Ach, Janu. Kamelle. Nee, bitte. Hier, das ist ganz natürlich interessant. Maischips. Das teste ich jetzt. So, Carlitos geht jetzt das Auto holen. Bis gleich. Bis gleich. Carlitos ist wieder zurück. Auto auch. Erzähl mal. Ich habe es noch nicht gesehen, aber Carlos meinte gerade, er hat den in die Garage gefahren. Ja, ich habe weinig noch was fahren. Ja, dann brauche ich jetzt aber nicht noch mal raus und extra filmen. Deswegen bin ich reingefahren. Ja. Der hat ja noch ein kleines Problem, ne? Ach so, stimmt. Der hat nämlich ein Start-Stop-Problem. Mhm. Das heißt, wenn man angehalten hat, ist der Motor... Ich komme gleich. Also es ist eine Automatik. Ist der nicht einfach ausgegangen im Stand. Mhm. Normalerweise geht der ja aus, wenn du eine gewisse Zeit stehst. Ja, die nicht mit der Kamera spielen. Da hat er ja ein kleines Problem. Und da hat er ja zu uns gesagt, ähm, in 99,9% ist das eine Serviceleistung, hat er ja gesagt, ne? Dass das nicht bezahlt wird. Also wir haben ja Garantie aufs Auto, keine Ahnung, fünf Jahre oder was. Fünf Jahre, richtig. Fünf, fünf. Ja, fünf, ne? Und was sagt dich noch zu dir? Und dann meinte er, dass wir da genau diese 0,01... Genau, das sagt dich so. Ich komme da an, dann meinte er, ja, alles fertig, alles sieht gut aus. Und dann meinte er zu mir, ja, und diese Servicegeschichte hat er dann plötzlich gesagt, ich hatte ja gesagt, 99,1% und es war genau diese 0,01. Das heißt, ein Marder hat das Kabel durchgebissen, hat er uns erzählt oder mir erzählt. Aber zum Glück hat er halt gesagt, hier, dass aus Kulanz so viel Geld da gelassen haben, ne? Wir müssen nichts bezahlen, hat er gesagt. Ja, finde ich nett, finde ich lieb. Nö, der war ganz korrekt, muss man sagen. Krass, ne? Wieder mal, ey, wir sind immer diese... Vor allem der war jetzt immer in der Garage, also wie das passieren konnte, ist mein Leben, Sally. Oh, zu Papa, oh, da bin jemand zu Papa. Hallo, Papi. Warte, ja. Oh, mein Schatz. Was noch gar nicht erwähnt hatte, der Dario hat heute Geburtstag. Wir haben für ihn ein bisschen gesungen, er durfte Geschenke auspacken. Wo ist denn sein Geschenk? Wo ist denn dieser Lama? Da zum Beispiel, liegt der da irgendwo in Sicht? Nee? Okay. Okay, ist nicht schlimm. Ich dachte nur, könnte ich zeigen, wenn er total süß ist. Ist aber nicht schlimm. Aber ein Holzauto und von meiner Freundin, genau, die hat die noch ein Paket zugeschickt. Total süß. Ein Lama von Fisher Price. Ein Lama mit Stoffe dran, was der Dario total mag. So Etiketten, oh, da kannst du den Kopf so drehen. Der macht dann so Knacksgeräusche. Fand er sehr interessant. Genau. Ja. Mit den ganzen Krankheiten und, wie soll ich sagen, Krankenhausgeschichte. Es ist echt richtig mies mit den ganzen Geburtstagen. Wir haben ja im Februar die drei Kinder, die Geburtstag haben. Dann unser Hochzeitstag und dann Karneval dazwischen. Deswegen haben wir auch schon die Partys alle verschoben. Genau. Mit den Kindern gibt es noch eine Party. Zum Beispiel der Dario feiert nächste Woche. Melina übernächste Woche. Und wir wissen noch nicht, am 25., 26. Wir müssen gucken, was für ein Tag das ist. Da würden wir dann alle drei Geburtstage nochmal zusammen feiern mit den Eltern. Genau. So, kommen wir zum Geburtstag. Die Mary, die muss nämlich, ja muss, ich möchte gerne, Muffins machen. Genau. Ich habe es mir jetzt total einfach gemacht. Als wir bei, wo war das, im Kaufland waren, hatte ich Muffins gekauft. Also so eine Backmischung. Ich mache die auch schon mal, ja gerne selbst. Und kaufe nur die Schokostücke zum Beispiel. Die habe ich von Dr. Oetker, also ohne dass ich jetzt hier groß Werbung mache, für 1,99 Euro Angebot. Und da habe ich auch gleich mehrere mitgenommen. Jetzt für die Schule, für morgen mache ich dann insgesamt 24. Genau. Also vorhin war ich noch ganz fit und alles, aber jetzt kommt wieder die Müdigkeit. Und ja, Kopfweh habe ich auch noch. Ich versuche viel zu trinken, aber was das angeht, bin ich da auch so eine, so eine Omi. Wieso, ich weiß nicht, mir fehlt irgendwie dieses Durstgefühl. Naja, auf jeden Fall wird jetzt gleich gebacken. Jana möchte gerne helfen. Genau, was brauchen wir? Wir brauchen ein bisschen Speiseöl, Milch oder Wasser und ein Ei. Okay, für eine Packung. Ich mache zwei, also brauchen wir dann ja auch alles doppelt. Ist aber kein Problem. Ja, ich fange jetzt gleich einfach mal an. Ich gucke mal, wie weit der Giano ist. Und ich brauche noch was. Und zwar eine Tupperware, also Tupperdose, so. Tupperware? Tupperdose, was er morgen mitnehmen kann. Ich habe jetzt hier diese große, aber pink. Ja. Ich glaube, der hatte die aber auch schon letztes Jahr mit. Ich meine, ich habe hier aber noch eine. Nur werden da doch keine 24 Stück passen. Nee, die ist wie zu klein. Nee, da passen noch keine 24 Stück, oder? Nee, die andere muss es schon sein. Aber das macht ja nichts. Ich muss mal gucken, dass er da noch eine passende Tasche für hat. Genau. Ich habe die noch eine angeguckt. Nee, die ist auch zu klein. Ich habe so viele, was ich auch von Tupperware. Ja, Tupperware, genau. Ja, oh Gott, die haben so viel Popcorn hier. Aber alles eher so kleinere Dosen. Nee, da nehme ich die pinke für. So, dann. Ja, ich werde das jetzt ohne euch machen. Ich fange jetzt einfach mal an. Giano kommt dann gleich dazu. Zeigt die euch auch dann gerne fertig. Die sind ziemlich schnell gemacht. Richtig lecker und einfach. Irgendwas wollte ich aber jetzt noch holen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe es vergessen. Das wollte ich gerade noch holen. Ach. Mixer. Mixer. Oh, ich kann die Kamera gar nicht halten, ne? Oh. Oh, ich bin so fertig. So. Ach stimmt. Hier wollte ich doch auch noch was machen. Vielleicht kann ich hier so... Das sind diese von Nutella, diese Form, diese Silikonform. Vielleicht kann man hier auch so Art Muffins machen. Muss ich mal gucken. So. Also ich habe wirklich Armschmerzen. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich glaube, das ist einfach wirklich die Müdigkeit. Ich sage noch, ich habe im Krankenhaus ganz viel Zeit, wenn wir dann da stationär sind. Aber die Sache ist die. Die Zeit habe ich da. Und ich habe auch da ein bisschen gehäkelt und alles. Ich hatte mein ganzes Zeug dabei. Aber die Sache ist die. Man ist halt die ganze Zeit fürs Kind da. Und du schläfst nicht die Nacht durch. Das ist eher so... Ähm... Ja. Also einschlafen oder wieder wach. Einschlafen, wieder wach. Das ist... Ach... Nicht gut. Aber... Jetzt ging die nicht anders, ne? Genau. So. Dann. Den habe ich jetzt. Dann fange ich jetzt an. Vielleicht. Ich stelle die Kamera doch hier ab. Ich habe irgendwie Redebedarf. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte. Nein, Quatsch. Ich habe mit meiner Freundin telefoniert, mit Kachlitos. So ist es nicht. Aber ich konnte auch nicht die ganze Zeit telefonieren. Im Krankenhaus ist ja auch ein bisschen ruhig, ne? Fürs Kind. Damit das Kind sich auch da ein bisschen, ja, ausruhen kann. Aber... Ähm... Ja, ich habe mir schon oft aufgefallen, dass ich immer wieder das Handy in der Hand hatte, obwohl ich das so gar nicht mag. Ähm... Und da habe ich mich ein bisschen mehr mit befasst. Und da habe ich mich ein bisschen mehr mit befasst. Ja, um... Ähm... Also gemischtes. Um Krankheiten. Bestimmte Krankheiten habe ich mich da ein bisschen mehr eingelesen. Dann habe ich mich eingelesen über Wohnmobil. Genau, da kam ja auch unter dem Video, ne? Wohnmobil, wo Giano Geburtstag hatte. Ähm... Ob... Wir vorhaben, ein Wohnmobil zu kaufen. Ähm... Oder nee, das... Ja, doch, das auch. Aber, ähm... Ja... Dass wir erst Pool kaufen wollen. Dann wollen wir auswandern. Dann wollen wir Haus kaufen. Und dann wollen wir Wohnmobil kaufen. So. Und ich hatte kurz drunter geantwortet, weil ich nicht wusste, ob die Person jetzt... Ja, ob die Videos alle geguckt werden, ne? Dann habe ich einfach mal ein Update gemacht. Vielleicht auch kurz hier ein kurzes Update zu den ganzen Sachen. Also Pool. Der Pool steht ja schon, genau. Ähm... Haus kaufen. Da sind wir noch auf der Suche. Und... Was war das andere? Haus? Ähm... Wohnmobil? Aber was war denn das andere? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Ja, habe ich gerade noch erwähnt. Ja, ich bin nicht so ganz bei Sachen, ne? Mit dem Wohnmobil. Da haben wir ja eigentlich hauptsächlich nur uns informieren wollen. Weil der Giano ja... Der interessiert sich sehr dafür. Und ich fand das auch schon immer interessant. Also habe ich gesagt, komm, Giano, dann machen wir uns doch mal einen Termin mit jemandem aus. Mit einem Profi. Und dann gucken wir mal. Und das hat ihm ja sehr gut gefallen, ne? Und wir hatten ja schon so zwei Favoriten, die wir uns angucken wollen. Ähm... Die waren beide sehr, sehr schön. Aber nicht... Also doch, schon, äh... 100% schön. Nur... Zu Hause angekommen. Also ich hab noch ein bisschen weiter gedacht, sodass ich auch sogar gemessen habe, tatsächlich, ob der hier reinpassen würde. Und die Antwort dazu ist, nein, nicht so wirklich. Ach, ich hab hier kein Backpapier. Ich muss drüben welches wohl gehen. Wir hätten oben wirklich so ein paar Zentimeter, drei Zentimeter oder was übrig. Würde gehen. Wollen wir aber nicht. Wir hätten auch gerne ein Cupboard, ja? Also wenn man schon vor allem sich für so ein teures Ding entscheidet, dann muss man entweder ein Cupboard haben oder, weiß nicht, was gibt's denn da? So was zum drüberziehen, ne? Eine Abdeckung oder so. Ähm... Naja, auf jeden Fall passt es nicht. Und dann dachten wir uns, nein. Jetzt, ähm... Genau, im Krankenhaus hatte ich dann die Zeit, und hab mich da ein bisschen weiter informiert, was es denn noch so anderes gibt. Und dann hab ich tatsächlich einen gefunden, der einfach genial ist. Ich hab den, den Galitus gezeigt, den Kindern eben. Und alle schon verliebt. Also wir haben gesagt, wenn, dann der. Aber das ist schon, ja, der kostet. Und... Ja. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir einen kaufen. Nein, ich will euch da nichts vormachen. Also, ne, wenn wir kaufen, dann sage ich euch, dass wir es kaufen. Wenn wir nicht kaufen, dann ist das eben auch so. In dem Fall, wir waren nur gucken und uns informieren. Ja, kommt vielleicht eventuell in Frage, aber nicht heute, nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ja, Schöp, da hast du ruhig, ja. So, ich hol einmal Backpapier. So, da bin ich wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Wohnwagen. Genau. Aber auch da, ne, wir wollen den gerne vor Ort, äh, schauen. Wir haben jetzt geguckt, wo es den gibt. Und wir haben einen in Köln. Und da wollen wir auch gerne hinfahren, um uns das einfach mal anzuschauen. Das heißt nicht, dass wir den kaufen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich weiß nicht. Man ist da, man muss gucken, was das Ganze mit einem macht. Und wie gesagt, der kostet, also für heute, zu dem heutigen Stand, nein, würden wir nicht kaufen. Aber, wenn wir den uns angucken, ja, und wir stellen fest, wow, der ist ja wirklich perfekt. Und ja, der passt rein. Genau, das haben wir schon gemessen. Perfekt, sodass noch ein Kapper drüber kann. Perfekt, wirklich perfekt. Und der ist so hübsch, für mich der hübscheste überhaupt auf dem Markt. Ähm, ja, da nehme ich euch auch gerne vor Ort dann mit, ne, wenn wir da hingehen. Aber, ähm, erst mal, wenn die Kids hier alle tiptop sind, ne. Genau. Kriegt nämlich noch Antibiotikum. Und da ist man so schlapp. Und, ja. Aber, alles gut. Also, ich möchte, dass ihr da euch Sorgen macht. Meinen Kindern geht's allen gut. Ja. So, vor ein paar Tagen und bis gestern noch, ja, überhaupt nicht gut aus. Aber jetzt halt schon. So, ich mach hier grad die Dinge auseinander. Huh. So. Ähm, zwölf. Passt mir denn nicht alle drauf? Da muss ich auch mal nachher gucken. Ich packe hier jetzt einfach erst mal aus. So. Oh, ich hab hier so lange gequasselt. Ich hab ja gesagt, dass ich mit euch quasseln möchte. Kannst du so bedürfen, oder? Also, ich könnte jetzt die ganze Zeit weiterreden. So, guck ich mal, dass jetzt der Giano dazu kommt. Ansonsten quasi lege ich mit meiner Freundin weiter. Wir haben halb sieben. Ich wollte die Kinder gleich auch hinlegen. Werden fallen die mir denn die ganze Zeit runter? So, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, passt. So, dann komm ich erstmal in die so rein. Dann geht's los. Wachbeschüsselt. So, ja, mein Schatz. Darf ich mich machen? Ja, möchte der Jan nicht? Was ist für seine Schule? Der guckt was. Dann frag ihn nur eben, ob er mitmachen möchte. Sonst würdest du machen, oder ihr beide. So, ich zeig euch dann gleich das Ergebnis. So. Alles, Melina. Sehr gut, wir haben ja noch eine zweite Packung. So, willst du das jetzt mixen? Äh, äh. Nee, dann mach ich das. So, ich hab die Muffins drin an. Wollt ihr eigentlich gezeigt haben. Ich mach jetzt einfach mal auf und zeig die euch. Aber fertig sind sie noch nicht. Das sind echt einige. Ah. Oh, jetzt kam ein richtig guter Geruch, ne? Ist nichts für dich. Doch, ich hab vor uns alle einen extra mehr gemacht. Bei mir sitzt es auch schon die Müdigkeit schon seit Tagen. Ähm. 24. 4. 28. 28. Wir haben ein bisschen auch hier aufgeräumt. Ich leg jetzt die Mädels hin. Oh, ich leck's mich an. Ich bin wirklich so müde. Ja, auch für dich. Und die Nächte dann hier anstrengend nah mit den Kids. Also, so. Ich leg mich aber auch jetzt hin. Und dann gibt's dieses Video für euch morgen. Und dann, bis morgen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Vielen Dank.